Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janik Brün und heute habe ich wieder ein GameMaker Studio 2 Tutorial für euch. Heute möchte ich mal über eines der wohl wertvollsten Werkzeuge eines GameMaker-Entwicklers sprechen. Und zwar über sogenannte Alarms, beziehungsweise über das Alarm-Event. Alarms kann man sich vorstellen wie kleine Wecker, die man sich im Code stellen kann. Das heißt man kann jetzt im Code angeben wie lange dieser Wecker braucht bis er in Anführungszeichen klingelt. Und wenn er dann klingelt, dann kann man wirklich bestimmten Code ausführen lassen. So kann man zum Beispiel in einem Strategiespiel dafür sorgen, dass eine Baustelle von einem Gebäude eine gewisse Zeit da ist. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann entsteht da wirklich ein fertiges Gebäude. Oder man kann in einem Shooter wirklich so ein Zeitlimit setzen, so ein kurzes, das ablaufen muss immer, bis man den nächsten Schuss abfeuern kann. Also so eine Art Cooldown für Schüsse oder vielleicht auch für Zauber in einem Rollenspiel so ein Cooldown. Und ja, für lauter Geschichten halt, die wirklich mit Zeit im GameMaker zu tun haben oder in deinen Spielen allgemein. Und ja, ich möchte jetzt in diesem Video einfach mal zeigen, wie man so einen Alarm stellen kann. Also wie man diese Zeit wirklich einstellen kann, bis der abläuft. Und ich möchte ja auch zeigen, wie man dann bestimmten Code ausführen lassen kann, wenn dieser Alarm klingelt in Anführungszeichen. Fangen wir also einfach mal an. Ich habe hier ein Objekt erstellt. Das hat keinen Sprite, das ist ein ganz leeres Objekt. Das heißt OBJ Alarm. Und dieses Objekt habe ich übrigens hier im Room platziert. Also hier sehen wir das. Ich habe das hier reingesetzt. Wenn du jetzt also das Ganze nachmachst, dann erstell auch ein Objekt und platziere das in deinem Room, damit das Ganze auch funktioniert. Und in diesem Objekt werden wir jetzt erstmal einen Wecker stellen. Ich werde diesen Wecker jetzt im Create Event stellen. Das heißt, sobald dieses Objekt erstellt wird, läuft dieser Timer. Machen wir das also einfach mal. Wir gehen auf Add Event und dann auf Create. Dann wird hier ein neues Create Event erstellt. Und dann stellen wir hier jetzt einfach mal einen Alarm. Ich mache mal die Schrift ein bisschen größer, damit man es besser sehen kann. Und jetzt sage ich hier, ich stelle den Alarm. Man muss jetzt verstehen, dass es hier im Game Maker für jedes Objekt verschiedene Alarm-Events gibt. Okay? Man kann nämlich mehrere solche Wecker gleichzeitig stellen. Wenn wir mal auf Add Event gehen und dann hier auf Alarm, dann sehen wir, dass wir bis zu zwölf Alarms stellen können. Es gibt eine Alarm 0 bis zum Alarm 11. Und wir können jetzt hier wirklich so ein Event erstellen für zum Beispiel Alarm 0. Und wenn der Alarm 0 jetzt klingelt, dann wird dieser Code in diesem Event hier ausgeführt. Sagen wir einfach mal, wenn der Alarm 0 klingelt, dann soll eine Message Box erscheinen mit Show Message. Und da geben wir aus, der Alarm ist abgelaufen. Und jetzt wollen wir diesen Alarm 0 mal stellen. Gehen wir also wieder ins Create Event. Wir haben hier stelle den Alarm geschrieben. Und das wollen wir jetzt auch hier mal machen. Aber wie funktioniert das? Wenn wir einen Alarm stellen wollen, dann schreiben wir Alarm. Und die Alarms werden in einer Array-Struktur verwaltet. Das heißt, Alarm 0 ist im Alarm-Index 0 drin. Das heißt, es ist wie so ein Array, in dem die ganzen verschiedenen Alarms drin stecken. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will Alarm 0 stellen, dann muss ich einfach schreiben Alarm, eckige Klammern, 0. Okay? Und jetzt kann ich einfach sagen, Alarm 0 ist gleich. Und hier kann ich jetzt wirklich die Zeit angeben in Steps, die ablaufen müssen, bis dieser Alarm klingelt. Natürlich wollen wir das jetzt nicht in Steps angeben. Wir wollen das jetzt in Sekunden zum Beispiel angeben. Deswegen schreiben wir jetzt hier einfach 5 mal Room Speed, um zu sagen, okay, diesen Alarm stellen wir jetzt auf 5 Sekunden. Wieso 5 mal Room Speed? Naja, ich habe ja gesagt, wir geben das Ganze in Steps an. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel in diesem Programm 30 Steps die Sekunde. Und wenn wir jetzt in der Sekunde 30 Steps haben, dann ist der Room Speed auf 30 gestellt. Und 5 mal 30 ergibt dann halt so viele Steps, wie sie ablaufen müssen, um dann wirklich 5 Sekunden hier zu erreichen. Okay? Das heißt, wir stellen jetzt also mal den Alarm 0 auf 5 mal Room Speed. Das ergibt 5 Sekunden. Und wenn wir das Programm jetzt starten, dann dauert es 5 Sekunden, bis dieser Alarm 0 Event getriggert wird, also dieses Alarm 0 Event. Und da wird dann diese Show Message Funktion aufgerufen. So, machen wir das einfach mal. Stellen wir diesen Alarm und starten wir das Spiel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und der Alarm ist abgelaufen. Du siehst also, das Ganze funktioniert. Auf diese Art und Weise kann man also wirklich in seinem Projekt oder in seinem Spiel so eine Art Timer benutzen. Und da kann man dann zum Beispiel wieder bestimmte Bool'sche Werte wieder auf True setzen, damit man wieder schießen kann zum Beispiel. Wenn man schießt, dann kann man erstmal nicht mehr schießen, wird ein Alarm gestellt von, sagen wir mal, einer Sekunde. Und wenn der abgelaufen ist, wird man zum Beispiel wieder schießen dürfen. Da kann man hier zum Beispiel schreiben, can shoot is true oder sowas. Und was man auch oft braucht, ist ein Alarm, der sich immer und immer wieder neu stellt. Das funktioniert auch. Dafür gehen wir einfach ins Alarm 0 Event rein. Ich bin jetzt hier im Alarm 0 Event drin. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn dieser Alarm immer und immer wieder ablaufen soll, dann schreibt man einfach hier drin auch noch, Alarm 0 ist zum Beispiel Room Speed mal 5. Und dann stellt dieser Alarm sich beim Ablaufen, wenn der klingelt, stellt er sich immer und immer wieder von vorne. So kann man auch wirklich eine unendliche Schleife mit diesen Alarms erzeugen. Also wir zählen 1, 2, 3, 4 und 5. So, ich habe jetzt nicht richtig gezählt, aber würde schon gestimmt haben. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, dann dauert es wieder 5 Sekunden. Also drücken wir OK. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und da klingelt er wieder. Und es geht jetzt so lange, bis wir das Spiel beenden natürlich. Das kann man also auch machen. Wie gesagt, es gibt von diesen Alarms 12 Stück, die man belegen kann. Die haben hier alle in diesem Objekt jeweils ihr Event. Und jedes Objekt hat seine eigenen Alarms. Das ist also auch sehr cool. Und ja, das wollte ich einfach mal so gezeigt haben, denn das ist für jeden Spielentwickler wirklich ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug. In diesem Sinne hoffe ich, hast du das Ganze verstanden und ich hoffe, du hast etwas lernen können. Das war es also mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig Videos wie dieses hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Übrigens, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu unserem GameMaker Studio 2 Masterkurs. Das ist ein Videokurs, den ich aufwendig produziert habe, in dem du wirklich in über 7,5 Stunden Videomaterial alles lernst, was du wissen musst, um mit dem GameMaker Studio 2 eigene Spiele zu entwickeln. Falls dich das interessiert, dann schau da auf jeden Fall mal rein und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.